Heute sorgen wir dafür, dass deine Motivation für das Abitur 2019 so richtig am Start ist. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Jetzt geht's ja langsam wirklich los mit meiner gefühlten Lieblingsphase des Jahres und zwar der Abiturphase. Und für euch fangen natürlich vielleicht die Hände schon zu schwitzen an und es beginnt das große Denken. Es sollte echt das große Lernen beginnen, bei manchen ist das auch der Fall. Andere tun sich mit dem Anfangen noch schwer und genau dafür gibt es jetzt von mir dieses Video. Denn ich möchte einfach dafür sorgen, dass es bei euch eben nicht passiert, dass jetzt noch ein Monat irgendwie dieses Lernen vor euch hinschiebt und dann auf einmal super knapp vor den Prüfungen jetzt anfangen müsst und dann schlussendlich eben nicht das Resultat rausbekommt, was ihr eigentlich haben könntet und was ihr eigentlich auch verdient hättet, wenn ihr eben früher angefangen hättet. Und deswegen, ich sag's euch jetzt schon gleich, lasst mich mit einer kleinen Geschichte anfangen. Ein paar von euch wissen ja, dass wir die Bootcamps gemacht haben, ja die Abiturathleten Bootcamps, wo wir in Amsterdam und in Prag in den Weihnachtsferien waren, um eben jeweils 10 von euch einfach maximal auf die Oberstufe oder schlussendlich auch schon auf das Abitur vorzubereiten. Und da war's lustig, weil Luca, Luca wenn du das hörst, Grüße gerne an dich, rausschreibt in den Kommentar. Luca kommt aus Hessen und in Hessen gehen ja die Abiturprüfungen schon relativ bald an. Übrigens Funfact für alle, die zum Beispiel nicht aus Rheinland-Pfalz kommen, die Leute in Rheinland-Pfalz haben jetzt schon Abiprüfungen. Also nur für diejenigen, die denken, oh meine Abiprüfungen kommen so schnell. Okay, es gibt Leute, die haben's wesentlich krasser. Auf jeden Fall kommt Luca aus Hessen und in Hessen, glaube ich, ist ja im März, ja da geht's ungefähr da los. Das heißt, er hatte zu dem Zeitpunkt noch so 8 Wochen. Und er hat zu mir gesagt, ey Leo, sag doch mal, wann soll ich anfangen zu lernen? Ja, und wenn ihr mein Video noch nicht gesehen habt, wann soll ich anfangen zu lernen fürs Abitur? Das findet ihr hier rechts oben, könnt ihr gerne abchecken. Und im Prinzip habe ich da ja gesagt, dass ich sagen würde, so 6 Wochen vorher ist natürlich einfach nur irgendein Richtwert, weil es hängt natürlich krass davon ab, was sind deine Ambitionen, wie groß ist dein Rückstand und wie viel musst du pro Tag auch lernen, um diesen Rückstand schlussendlich aufzuholen oder eben auf das Niveau zu kommen, was du haben möchtest im Abitur. Aber ganz grob so habe ich das als Richtwert gesagt. Dann wollte ich fast schon zu ihm sagen, naja, du kannst eigentlich auf jeden Fall, denke ich mal, noch 2 Wochen chillen, weil ich habe ihn ja auch schon ein bisschen kennengelernt in der Woche. Und dann habe ich mir gedacht so, wie dumm ist das denn eigentlich? Wie dumm ist das denn eigentlich? Weil ich fühle jeden Einzelnen, der sagt, ey Leo, unter Druck entstehen Diamanten. Ich mache das einfach in den letzten 2 Wochen, in den letzten 2 Tagen, in den letzten 2 Stunden, in den letzten 2 Minuten, in den letzten 2 Sekunden. So, und dann wird das schon. So, kann ich voll verstehen und ich weiß auch, dass diese Strategie, zwar mit sehr viel Stress, aber meistens doch ganz gut funktioniert. Das Ding ist nur, was mir in dem Moment, als Luca mich das gefragt hat, mir so krass aufgefallen ist, ich dachte mir so, Moment mal, wie krass ist es denn einfach, wenn man rechtzeitig anfängt? Also, noch nicht mal rechtzeitig, sondern einfach noch früher einfach so. Also, es ist mir in dem Moment so krass wie so Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte mir so, Moment mal, so simpel das jetzt klingt, ne? Aber, wenn du früher anfängst, wenn du früher anfängst, dann kann ich ja gar nichts aufhalten. So, du hast keinen Stress und du bist maximal vorbereitet. Ich dachte mir, wie krank ist das denn? Natürlich, wenn jetzt jemand von euch noch nebenbei, das rückt ja glaube ich auch die meisten zu, noch Schule hat, muss man sich das natürlich ein bisschen mehr überlegen. Aber grundsätzlich, Leute, was für ein, also sogar ich, wenn ich dann mein Abi zurückdenke, was jetzt auch noch nicht so lange her ist, wenn ich dann mein Abi denke, Alter, der geht mir voll einfach so richtig, dieser Buskorb, der vielleicht von vielen von euch so zusammengezogen ist, so fuck, ich muss alles lernen, na, 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 geht für mich jetzt gerade auch da so richtig auf, weil ich mir denke, Alter, wenn ich rechtzeitig anfange, dann steht mir nichts im Wege. Versteht ihr, wenn ihr ausnahmsweise mal genug Zeit dafür hernehmt, für das, was ihr eigentlich machen wollt und wenn es gerade das Abitur ist, die wichtigste Prüfung, die ihr vermutlich in eurem Leben bisher geschrieben habt, Alter, wie geil ist das denn? Und ich glaube, dass das super oft verloren geht. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan von Motivation, deswegen ist es jetzt auch kein Badalala-Video, sondern ich will, dass ihr ernsthaft, ohne jetzt so, ja, jetzt zieht das voll durch, und einfach so in euch so krass versteht, Moment mal, ich, wenn ich jetzt einfach anfange, es ist ja vollkommene Freiheit, versteht ihr, es ist vollkommene Freiheit, es ist stressfrei und ihr bekommt das bestmögliche Resultate daraus. Wie geil ist das denn? Natürlich weiß ich das jetzt nicht zwangsläufig, jeder das auch umsetzen wird. Deswegen an der Stelle noch ein paar andere Dinge. Erstens, macht euch immer bewusst, dass es danach vorbei ist. Ja, ich sag, nehm da immer so geil diese, so gerne diese Metapher vom Triathlon bei mir früher. Wie gesagt, ich habe ja zehn Jahre lang Triathlon gemacht, vier Jahre auf Leistungsebene und da ist man jetzt bei den Strecken, die ich hatte, 57 Meter schwimmen, 20 Kilometer Rad fahren und dann noch fünf Kilometer laufen, halt alles am Stück, ist man vielleicht so eine gute Stunde unterwegs, ja, vielleicht so eine Stunde zehn, so in dem Dreh. Und dann ist es natürlich schon so, dass du, wenn halt eine Stunde all in, also volle Kanne schwimmst, ja, und du vermisst dich da mit den besten Leuten aus Bayern zum Beispiel, in meinem Fall, fährst mit dem Rad, dann läufst du, dann bist du schon viel Kilometer gelaufen, hast einfach, du bist schon komplett am Ende, ja, so den letzten Kilometer, da müssen alle gefühlt schon fast kotzen. Aber trotzdem schafft es nahezu jeder, die letzten 100 Meter nochmal in den Endsprit reinzuhauen. Woran liegt das? Weil in dem Moment, wo wir Menschen wissen, okay, da ist es vorbei, dann schaffen wir es auch richtig krass durchzuziehen. Und genau diese Schlussenergie, die kannst du dir im Abitur so krass zunutze machen, du musst sie nur dir selbst eben auch eingeschrieben erkennen, krass ey, danach ist over. Deswegen empfehle ich euch auch überhaupt, also klar, es ist gut, wenn du schon weißt, was du danach studieren willst, aber denkt bitte überhaupt nicht über Studium, bla, 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 sonst irgendwas nach in den nächsten Monaten, sondern versucht euch einfach nur, also ihr könnt euch schon raussuchen, was ihr studieren wollt, aber wenn ihr quasi über euren Zeithorizont für die nächste Zeit denkt, denkt nicht, okay, jetzt mache ich Abi und danach Studium, sondern denkt einfach nur, Abi und danach ist over. Ja, denkt wirklich so, danach ist over. Weil sobald euer Kopf sich abspeichert, okay, sobald ich den Stift in der letzten Minute, der letzte Abi-Prüfung fallen lasse, bin ich ready und bin durch, und dann ist quasi nahezu scheißegal, was dann ist. Ab dem Zeitpunkt hast du einfach nochmal so 5-10% mehr Energie. Deswegen macht euch wirklich bloß, es ist jetzt der absolute Schlusssprung. Der geht vielleicht für ein paar Leute von euch noch 2 Monate, für die meisten noch 5 Monate. Nehmt diese Energie wirklich mit, nehmt diese Energie mit, weil, und das ist das Letzte, was ich sagen werde und das solltet ihr euch so stark zugutehalten. Ich habe ein Video gemacht, warum du kein Traumabitur brauchst. Wenn du dich dafür interessierst, schau einfach hier rechts oben in der Ecke das Video an. Aber wenn, wenn du sagst, entweder ich habe ein konkretes Studienziel, was ich haben möchte und dafür brauche ich einen guten NC, oder ich weiß noch nicht, was ich machen will und will mir einfach alles offen halten, oder du sagst, ich will einfach richtig gut sein. Ich will es mir selbst beweisen, ich will es meinen Eltern beweisen. Ich will einfach, wenn ich einmal eine Sache mache, will ich die zu 100% richtig machen. Dann ist es deine Pflicht, Vollgas zu geben. Nicht, weil du es musst, sondern weil es deine Pflicht dir selbst gegenüber ist. Du kriegst diese Abschlussnote nur ein einziges Mal in deinem Leben. Und danach wirst du einfach immer mit dieser Note rumlaufen. Das bestimmt über dein Studium, das bestimmt vielleicht über deinen Arbeitsplatz, das bestimmt über einfach einige Dinge. Definitiv nicht alles, aber über einige Dinge, gerade in deiner beruflichen Aussicht, ist das einfach extrem wichtig. Und deswegen verpflichte dich selbst, dir selbst gegenüber, es richtig, richtig gut zu machen. Und wenn du dir bewusst bist, dass du nur eine einzige Chance hast, versteht ihr? Eine einzige Chance. Es gibt, du kannst einen Freund enttäuschen, bei dem kannst du dich entschuldigen. Du kannst irgendwie deine Gesundheit drei Jahre lang schlecht behandeln, rauchen, keine Ahnung was. Wenn du dich dann wieder auf einen gesunden Lifestyle konzentrierst, dann kriegst du das auch wieder hin. Du kannst 10.000 Euro Schulden haben, die kannst du auch wieder wegarbeiten. Aber diesen Abischnitt, den hast du einfach. Und deswegen schuldest du es dir selbst, zu 100% Gas zu geben. Es ist nicht mehr lang und es wird sich lohnen. Glaub mir. Denn ich glaube auf jeden Fall an dich und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.